Okay, let's go, dann machen wir's halt auf. Okay, jetzt muss man es aufnehmen. Tennis Grip Tape, Junge. Versuchen das dahin aufzugeben. Possible, I don't think so, but let's go. Sheesh, okay. Let's go. Alter, richtig, richtig, das ist richtig geil geworden. Also, no joke. Ich bin richtig zufrieden damit. Ich hab mir ein paar Tutorials in der Zeit angeschaut, wie man das so wickelt beim Tennis Lego und deswegen hab ich das dann auch bei meinen Penso gemacht und das ist richtig geil. Also, vom Handgefühl ist das milliardenmal besser. Ich kann auch beweisen, das rutscht nicht. Ich versuch das gerade in die Richtung zu schieben und es geht überhaupt, es ist ein richtig geiles Gefühl. Ich glaub, ja, das fühlt sich auch an. Hat sich ausgezahlt. Die gibt's bei Amazon. Wir haben nur 8 Euro, glaub ich, gekostet. Kann ich weiterempfehlen. Sind sehr nice. Na dann, let's go. Get into a game of osu. Let's go. Thank you for watching. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie weitergeguckt, nur wegen einer Art und Weise. Ciao.